Hallo und herzlich willkommen mit Rettazwikon und meinem Rosti-Kanal zurück zu Five Nights with Back to Nights 2 Remastered! Continue! Wo waren wir jetzt eigentlich? Bei Nacht 3? Night 3? Yes! Das letzte Mal hat er so wieder angekackt, ne? Hier... Der Kollege. Glaube ich. Oder? Ich weiß er es gar nicht mehr. Doch irgendjemand hat uns angekackt. Wir werden ja immer angekackt. Das ist immer so, ne? Aber mir macht es riesig Spaß. Loading, please hold the line. And now we must arrive. Wenn es kommt. Wenn es nicht kommt, dann kommt das nicht. Don't cry for me Argentina! We must be- Ah, guten Abend, Chris. So, Nacht 3? Seems like everything is going smoothly for you. But I don't really need to address something, because things have started to get a little weird around here. Hier muss man irgendwo was finden können. Irgendwo was finden können. Wir müssen hier etwas finden. Wallets. Aber wo sind die Wallets? Und wenn die Schöööö Was? Wo sind die Geheimnisse? Ich finde sie nicht. Wo sind die Geheimnisse? Niemand ist hier. Ihr seht, das war das letzte Mal nicht. In den beiden ersten Parten. Weil irgendwas mit meinem OBS mal wieder nicht gestimmt hat. Wie so oft. We have to find something. Welts, 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 Welts. PIE Ich sehe dich nicht Ich sehe dich auf den Weg Aber wo? Ich sehe dich nicht auf den Weg Was? Was? Was der hell? Wo ist er denn? Wo ist der Moonpie? Hier! Und der kleine Schuss! Der ist ja noch da oben, oder? Er ist hier! What the hell? Jesus Christ! Where are you? Emerson! Shut up! Shut up! What the hell? Oh, this is crazy! Easy! Es sind auf jeden Fall mehrere unterwegs! Really? Jesus! Jesus! What? What the hell? Oh my god! Jesus Christ! This game is crazy! The clock has struck! The clock has struck! What? 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 Jesus! Das ist verrückt! Das ist verrückt! Was ist das? Was ist das? Jesus Christ! Jesus! No mehr! Was ist das? Er kommt! Oh Gott! Er ist noch hier! Er ist noch hier! Oh Gott! Oh Gott! What? STRIKE! 6M! NICE! Auf Anhieb! ERA! Movement Mechanism! 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 Offline! What? In��x! Ja! Wie ist der eine In der Treffen das Wohl! Die sind die Wohl! Wie ist denn und Wohl! Was? Wohl! 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 Was? What the hell? Continue. Nice. Very nice. I love it. Night 4 It's so fantastic. Bin echt mal gespannt, wie es weitergeht, Leute. Also 2 sind in der Lüftung, er kommt nur da unten. Du bist der Moon Pie. Ich weiß, ich nerve. Aber so gut ich halte. Wir sind schnell. Hallo, guten Abend. Uh, Chris, listen. You need to tell me if you saw anyone in the building last night. Birdie's box was moved, way away from where we lived in. I decided to look inside this time and she was damaged. It looked like someone had taken a crowbar and bashed her face in. If you saw someone doing this, you have to tell me, man. You are a security guard here. You are supposed to watch the cameras to see if anyone breaks in and messes with anything. Look, I'm sorry about that. I'm just scared, Chris. I'm going to call in some engineers tomorrow to come look at Birdie. And something tells me that she's not the only animatronic that's been damaged either. Mac and Hamburglar might need to be looked at too. I'll have the engineers come in around the same time the delivery guys come too. They're bringing in another animatronic. He's a cheeseburger man. I can't quite remember his name. Cheeseburger man. Cheese man. Cheese face. Burger boy. Ah. We're McCcheese. That's it. He'll be brought in and stored somewhere in here. That being said, please watch over everything really carefully. If you see anyone in here, you have to report it to me. Feel free to give the police a call too if you want. Although I'm not sure if that would be a good time since the police are still looking for the missing killer from the McDonald's. They questioned all the employees that work there. Even put the ones they were suspicious of through a lie detector. Still nothing. I'm sure they'll find the killer soon since they know who is a former employee. See you in the morning. It might be your last night tomorrow. It might not. We'll have to see. I don't find it. Again and again. Oh, Mr. Boone. Bye. I don't find it. Again and again. What? one's going to find out. 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 What the hell. Wo ist der andere da? Die Pizza-Banane-Pieger da. Hier ist er. Der Cheeseburger Mann! Ist das echt? Oh, Jesus. Der Cheeseburger... Shut up. The di-d-d-star is coming out to Brooklyn. Rubble rubble! Rubble rubble No Jesus Come on Go ahead Pong Jetzt müsste eigentlich bald mal einer in der Lüftung kommen Cheeseburger man Come on Die Lüftung scheint noch okay zu sein This is a cheeseburger Cheeseburger man Right Cheeseburgers 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 No He is not here What No Oh really I pressed the wrong button Oh this is not real Ich geh mal zum Shop Weil ich hab Coins bekommen We have Coins Tens Ich hab 51 Oh 100 Coins Morning just got more glorious Mad tonight Aber ich weiß nicht wo ich die Das könnte ich mir jetzt theoretisch kaufen Aber ich hätte gern so eine Puppe Aber ich weiß nicht Ich weiß nicht wo ich die letzte Mal gefunden habe Sunglasses Die können wir jetzt mal kaufen oder Sold out Was können wir jetzt damit machen Wo ist die Sunglasses I don't know Ich hab keine Ahnung Ja Freunde das war's auf jeden Fall mit Five Nights with Mac Tonight Eine Nacht haben wir überlebt Lass dich überraschen wie es weitergeht Ich liebe dieses Spiel Es ist einfach fantastisch Ich liebe alles was mit Mac Tonight zu tun hat Ich bleib mich auf jeden Fall recht ans Mal für zu sehen Würde mich freuen wenn ihr wieder einschaltet Mertet auf meinem großen Kanal Lasst mir doch gerne an Liked alle Freunde zu draußen drüber Schreibt mir schöns in die Kommentare Ansonsten genießt das Leben mit JLive Habt Spaß miteinander verhauen sie nicht Und bis zum nächsten Mal Falls ihr noch kein Abo habt Einfach aufs Köpfe drücken Press the head button For subscribe my channel In diesem Sinne Sagt tschöne mit euch Und wir kriegen an uns Euer Rostiger Retina Thank you Goodbye Enjoy your life Goodbye And good night We'll see you next time Bye 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 bye